Guten Tag, hier ist wieder Gbf Arka der Allmeister mit dem Let's Play for Ondesa 1 Teil 1 der Nordland Trilogie, auch bekannt als die Schicksalsklinge. Und ja, beim letzten Mal befanden wir uns im Tempel des Namenlosen auf der Insel Jorland im Golf von Bremen. Und ja, die erste Ebene haben wir soweit erforscht, haben sogar einen goldenen Schild gefunden, der von jedem Charakter getragen werden kann, selbst von einem Magier, und plus zwei auf den Rüstungswert gibt. Gut, das ist ganz gut so. Wir haben zwar ein bisschen Hunger und ein bisschen Durst, aber hey, das soll uns nicht weiter stören, denn zur Not haben wir erstens was zu essen und zweitens werden wir wohl nicht mehr allzu lange bleiben, denn wir wollen diesen Tempel ja ausräuchern und von den Kultisten des namenlosen Gottes befreien. Gut, gehen wir hinab, steigen wir in die Tiefe und sehen uns so gleich mit einer Tür konfrontiert, die man da aber sofort öffnen kann. Okay, und da war der andere, da war die Leiter, also mit der Leiter sind wir dann hier rausgekommen, in diesem Eck, in diesem Eck hier. Aber jetzt sind wir hier, das ist der offizielle Weg wahrscheinlich. Und mal sehen, wer uns hier erwartet. Kultisten anscheinend. Wenig verwunderlich, wie ich finde. Und es beginnt ein Schuss-Duell. Diesmal haben die aber anscheinend hier Pfeil und Bogen dabei. Gewiefte Kultisten, sag ich da nur. Und, äh, ja. Filbert ist zum Glück sehr schnell. Kann allen davonlaufen. Kohlrieg bleibt hinten stehen. Der Rest bewegt sich vorwärts. Step by Step. Okay. Schön in den Rücken laufen, damit wir sie von dort abschießen können. Ja. Aber schon klug von den Kultisten, sich hier auf dieser Insel niederzulassen, weil da guckt ja keiner so genau hin, denke ich mal. Und ist da noch schwerer zu entfernen wahrscheinlich. Weil man müsste hier erstmal eine Mannschaft zusammenstellen, die dort hinsegelt und, äh, die Bande ausräuchert. In diesem Tempel des Närmenlosen. Aber, sie war nicht schlau genug, um sich vor uns zu verstecken. Wobei wir sind mehr oder weniger drüber gestolpert, beziehungsweise Eliane Windbeck aus Warnheim hat uns da aufgestoßen. So, haben wir sie bald. Ja, einer fliegt schon und der andere wird wahrscheinlich auch gleich die Beine in die Hand nehmen. So wie ich ihn einschätze. Ja, alles klappt. Schwerter und Lederzeug brauchen wir beides nicht. Und sechs Abenteuerpunkte. Einmal speichern, yay. Und hier steht wieder eine Statue aus schwarzem Stein, die einen gesichtslosen Mann darstellt. Es scheint sich um eine Repräsentation des Narnlosen zu handeln. Wir wollen sie... Könnten sie mal berühren, mal sehen was passiert. Ich werde es bereuen, oder? Mardisch spürt ein heftiges Stechen und reißt erschrocken die Hand zurück. Okay. Also, nicht berühren, zerschlagen. Mit wuchtigen Hieben zerstört ihr das blasphemische Abbild des Narnlosen Gottes. Wobei ist es wirklich blasphemisch? Naja gut. Es ist ja das Abbild des Narnlosen Gottes. Es ist ja ein richtiges Abbild, sag ich mal, des Narnlosen Gottes. Es ist ja nicht blasphemisch für den Narnlosen. Es ist blasphemisch für die zwölf Götter. So. Okay. Das war jetzt Quatsch, aber fiel mir gerade so ein. Gut. Aus dem Boden schießen plötzlich... Nein! Schon wieder kleine Armbussbolzen. Bäh! Marder wird getroffen. Fibbert, Boppo, Helle, Gullrich. Uh! Uh! Gefällt mir gar nicht. Zerschlagen wir die Statue. Und ähm... Ja, jetzt ist die Frage... Wie kommt man da jetzt dran vorbei? Wir könnten natürlich uns teleportieren, einfach. Mit Transversalis Teleport. Aber das ist leider misslungen. Na komm, einmal geht doch noch. Okay. Und teleportieren uns einfach... Hier... Mit diesem kleinen Kreuz können wir uns irgendwo hin teleportieren. Und zwar an die Stelle. Dann sollten wir eigentlich die Falle übersprungen haben. Jo. Sieht so aus. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir langsam meine Wizzle-Kräuter ausgehen. Zu Not könnten wir ja noch Balsamsalabunde sprechen oder sowas, aber... Hey, Wiesel-Kräuter geht schneller. Es geht einfach schneller. Da muss ich nicht angeben, wie viele Punkte ich investieren will. Wie viel ich heilen will. Warum sollte man jemals weniger heilen wollen, als man könnte? So, was hier noch? Eine Statue des Namenlosen. Zerschlagen! Yeah! Weg damit. Und eine weitere Tür. Marder öffnet. Marder öffnet uns alle Türen dieser Welt. Ja, gehen wir hinein und Kult ist natürlich was jetzt. Sogar vier Stück, so wie es ausschaut. Irgendjemand muss sich schützen vor Gulrik stellen. Der ist doch ein bisschen verwundbar im Nahkampf. Aber vielleicht könnte Gulrik gleich ein Zauber sprechen. Das wäre auch cool. Dann nämlich, könnten wir uns einen ganz langen Kampf ersparen, wenn da einfach ein Hoi Phobus spricht. Ich werde ihn ohne, er hat auch so wenig Lebensenergie brauchen. Äh, du kannst ja noch einen Gegenstand benutzen, ne, Gegenstand benutzen kann er auch nicht. Ähm, gut, dann geh mal hier zurück und warte ab. So. Taubern ist leider kein, trifft leider selten. Das ist sein Problem. Ähm, Gegenstand wechseln, ja. Äh, nimm ein Wirselkraut und dann benutze Wirselkraut und krieg 10 Lebenspunkte zurück. Sehr gut. Ja. Das funktioniert auch ganz gut. Ähm, Filbert und Helle, unsere beiden Elfen, schießen sich auf diesen Kultisten da ein. Boppo ganz alleine gegen einen anderen fernkämpfenden Kultisten. Ein fern Duell. Ein fern Gespräch, nur mit Pfeilen. So, ich hoffe, Guruk überlebt. Diese Runde gleich. Jetzt kann er ein bisschen Zauber gar nicht sprechen. Denn dann ist er nämlich so gut wie tot. Ja, okay, er kämpft mit Torwart. Das wollen wir rechts an. So, da ist Schrei gestorben. Schrille Kultisten. So könnte man sie nennen. So eine Band. So ein Bandname. Die schrillen Kultisten. Heute mit ihrer Hit-Single Namen los. Ähm, so. Du bist ein Kultist und nicht Made. Okay. Und der nächste ist platt. Und jetzt setzen wir mal wieder Horophobus ein. Mal gucken, ob sich die Kultisten erschrecken lassen. Nein. Ach, der funktioniert irgendwie so selten, der arme Horophobus-Zauber. Der Arme, ich habe Mitleid mit einem Zauber, ja. So weit ist es schon gekommen bei mir. So, aber wirklich. Da, wo ich den gerne möchte, dass er funktioniert, funktioniert er nicht. Ne, auch nicht. Ich habe da extra was investiert. Ja, aber da muss Filbert wahrscheinlich wieder unterstützen und eingreifen. Wie immer, wie immer. Nichts Neues. Wow, das hat sich ja weh. Google kann draufhauen. Ich weiß, er soll nicht in Nahkampf, aber... Ey. Wenn seine Zauber schon nicht funktionieren, dann ist er vielleicht so gefrustet, dass er allein deshalb schon trifft. In Nahkampf. Aber einen Fluchtkorridor sollte man den Gegnern trotzdem offen lassen, immer. Sonst sind die eingeboxt. Und, äh, ja. Das bringt ihn dann auch nicht weiter. Weil dann muss man den ganzen Kampf machen. Ja, seht ihr, wenn wir jetzt... Wenn wir ihn eingesperrt hätten, dann wäre er jetzt da rumgestanden und hätte... ... noch ein paar Runden weitergekämpft. Und das will ich dann auch nicht. Oh, 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 sehr gut, Thorborn. Den hast du aber fertig gemacht. Ich bin sehr, 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 sehr stolz. Ja, die Deppenbande macht sich. Sie kriegen zwar wenig Lebenspunkte, aber dafür machen sie sich ganz gut. Oh. Ist das wieder was für Thorborn? Ne. Okay, Schwert und Lederzeug. Die anderen haben wohl nackt gekämpft oder so. Gut, eine Truhe. Roben, Roben, Hemden, Hosen, Dolche, Schwerter, Weinflaschen und Bier. Also, nix Interessantes. Aber, okay, ein Dukar und sechs Silbertaler. Kleinvieh macht auch Mist. Hier befindet sich ein Hebel in der Wand. Wollt ihr den Hebel umlegen? Ja. Ein leises Klicken verrät euch, dass der Hebel irgendeine Wirkung hat. Hoffentlich gehen damit die Fallen aus. Auf diesem Level. Jetzt kriegen wir noch arge Probleme. Statue des Namnlosen zerschlagen. Mit wuchtigen Lieben. Und die nächste Tür öffnen. Und da ist die Frage, was uns hier dann erwarten könnte. Ja. Ein Kultist und... Uuuh, uuuh, ein Zauberer. Dem muss ich schnell wegblitzen. Sonst kriegen wir noch arge Probleme. Gut. Gulrik, du stehst sogar direkt in der richtigen Reihe. Um auf die des Terns den Priester wegzublitzen. Ja. Sehr gut. Sogar ein Priester und nicht nur ein Magier. Hm. Na gut, wir sind ja auch in einem Tempel. Also, ja klar. Tja. Macht Sinn. Sieht bloß halt so aus wie... ... ein Magier, weil... ...ja, die Sprites sind halt imitiert in diesem Spiel. Für beide rennt darüber. Leider nicht genug, äh, Punkte, um... ... naja. So gleich anzugreifen. Ähm, ja. So. Na gut. Gulrik muss auch nicht den Blitz sprechen. Das können hier unsere beiden Elfen... ... genau so gut. Möchte mal meinen. So. Zum Glück hat der Priester einen sehr geringen Wüstungswert. So, dass er recht schnell weggepustet werden kann. Es sei denn, er ist super stabil. Hat dicke Knochen oder sowas. Stabile Knochen. Tauber-Nomade kümmert sich indes um den, äh... ... Leibgardisten oder wie... Oh, 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 oh. Der Priester haut ab. Ah. Gut. Dann haben wir ihn schon soweit verwundet. Das ist gut. Yeah. Bobbo macht's. Joa. Das läuft doch ganz gut. Würde ich jetzt sagen. Kein Parallel oder so ein Mist eingesetzt. Oder sogar ein Fernkämpfer. Interessant. Ja, und der ist auch weg. Und der Priester hatte sogar ein Vulkanglasdeutsch dabei. Hm, na gut. Aber den brauchen wir sonst nicht. 24 Abenteuerpunkte. Okay. Nehmen wir auch noch mit. Und wieder eine Statue zerschlagen. Sonst noch was? Hier ragt ein Hebel aus der Wand. Wollt ihr den Hebel in Ruhe lassen? Den Hebel kurz runterdrücken? Oder den Hebel niederrücken und halten? Wir lassen den erstmal in Ruhe. Oder? Kurz niederdrücken. Der Hebel schnappt in seine Ausgangslage zurück. Okay. Also wenn man da was machen muss, dann muss man den wohl halten. Wer soll den Hebel festhalten? Made? Mit Mühe hält Made den Hebel in Position. Aber anscheinend verlässt er auch unsere Bande. Okay. Einer muss dafür abgestellt werden. Aber für was? Ich hole ihn erstmal zurück in die Bande. Das finde ich dann doch ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Die Tür ist ja offen. Also. Erkunden wir erstmal die Bude so. Würde ich sagen. Bevor wir uns hier groß verlaufen. Hier ist irgendwie nichts. Ist hier eine Geheimtür. Ist ja wohl irgendwie ein leerer Raum. Kann man hier rückwärts oder so? Oh. Oh. Made entdeckt plötzlich eine Geheimtüre in der Wand. Nach kurzer Zeit gelingt es ihm sogar, sie zu öffnen. Ah. Okay. Interessant würde ich sagen. Statue des Namnlosen zerschlagen. Aus dem Boden. Nein. Ich schon wieder Armbrusbolzen. Aua. 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 Bitte. Keiner darf sterben. Sehr schön. Also. Schon wieder so eine Position, wo wir uns dann hier drüber weg teleportieren sollten. Das wäre am besten. Leider kann man ja nicht auswählen, dass man einfach drüber springt. Das wäre am einfachsten. So. Und jetzt werden ein paar Heilzauber gesprochen hier. Und zwar von Filbert. Äh. Auf Made soll der Zauber gesprochen werden. Und heile die mal für 15 Lebenspunkte. Und, äh. Helle kann dafür Filbert heilen. Hm. 10. Und, äh. Filbert kann auch dann. Helle ein bisschen. Heilen. Und 10 Lebenspunkte. Okay. Und Torbohne. Sieht auch nicht ganz frisch aus. Aber dem geben wir ein paar Wirselkräuter. Die Gurig noch in der Hand hält. Und der muss ja auch geheilt werden. Auch verwundet. Gut. Ja. Wirselkräuter. Verdammt wichtig, würde ich sagen. In diesem Spiel. Und hier. Gibt es eine Truhe. Mal sehen, was drin ist. In der Tue liegt ein großer, auf Nachtschwarzem, samt gebetteter, schwarzer Kristall. Von ihm geht eine spürbare Aura des Bösen aus. Wollt ihr den Kristall zerschlagen? Hm. Wenn wir schon mal hier sind. Wie soll der Kristall vernichtet werden? Zerschlagen? Destructibo? Oder Ignifaxius? Ich weiß gar nicht, ob wir Destructibo so gut beherrschen. Und Ignifaxius beherrscht Gulrik. Aber ich weiß nicht, wie gut. Wir können versuchen, ihn zu zerschlagen. In klassischer Manier. Der Kristall widersteht dem Hieb, ohne auch nur einen Kratzer davon zu tragen. Leider setzt er auch Energien frei und verletzt Made. Wow. Wow. Also, auf jeden Fall nicht draufhauen. Äh. Das, 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 das tat jetzt sehr weh. Aber Made steht ja auch in erster Linie. Sofort weggepustet. Kann auch ein paar hier Einbeeren futtern. Halt zwar nicht so gut, aber davon habe ich ein paar mehr. Ja, okay, das reicht ja wohl. Äh. Okay, ist auch schon überladen. Jetzt kommt wieder die ganze Proviante, die er bei sich schleppt. Bei sich trägt. Sich rumschleppt. Und dann haben wir es erstmal wieder. Aber ja. Okay, ich muss eben gucken, wie es hier mit seinen Zauberfertigkeiten aussieht. Und ob der irgendwie... Okay, Destructivo ist minus 5. Da habe ich nichts investiert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn vielleicht brauchen werden. Aber... Langsam bilden sich haarfeine Risse auf der Oberfläche des Kristalls. Und dann zersplittert er in unzählige Fragmente. Die Aura des Kristalls verschwindet auf einmal. Und übrig bleiben nur ein Berg kleiner Scherben in einer lumpigen alten Truhe. Okay. Gut, gut gemacht, Gulrik. Wir haben den Kristall des Bösen zerstört. Und... Oh nein. Autsch, 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 Autsch. Na toll, ich dachte, es wäre ein Feld weiter. Gut, das ist tatsächlich an dieser Stelle und nicht an dieser hier. Sondern hier. Hier, da müsst ihr aufpassen. Toll. Mist. Dann weiß man schon, dass da eine Falle ist. Und dann macht man es trotzdem falsch. Diese Wirselkräuter, du. Wenn wir die nicht hätten... Und die gehen mir jetzt langsam zur Neige. Das umruhigt mich ehrlich gesagt schon. Das ist keine normale Geschichte. Das sollte eigentlich nicht passieren. Na gut. Ich kann hoffen, dass wir nicht in noch mehr Fallen reinlaufen, du. Das wäre echt blöd. Okay. Ich denke mal, dann haben wir hier in diesem Bereich hier alles geklärt. Und gehen jetzt mal hier in diese Ecke weiter. Oh Gott, hier waren noch keine Fallen, wa? Nee. Ich kriege schon Panik. Starker Heiltrank. Okay, wer kann den kriegen? Hier. Bobo trinkt den. Ist in Ordnung. 90 Lebenspunkte kriegt er zurück dafür. Und... Du kannst Wieselkräuter noch mampfen. Gut. Gut. Ich denke, damit haben wir alle wieder einigermaßen fit. Ist doch Filbert. Filbert sieht nicht ganz frisch aus. Hier. Ein Bäre. Wir haben sogar sechs Lebenspunkte, glaube ich. Dadurch zurück. Gut. Ö, Kultisten. Ach ja. Euch hatte ich ja fast vergessen. Hier bei den ganzen Fallengedöns. Gut, ich warte ab. Miese Fallen. Schade auch, dass die... Also meine Leute das irgendwie nicht bemerken. Rechtzeitig. Und dann ausweichen können. Ist wohl zu viel verlangt. Auf den Weg zu achten. Auf den man geht. Füber ist flott zu Fuß. Das muss ich schon sagen. Goldomade warten ab. In der Ecke. Die... Ich schämö mich, Ecke. So. Ähm. Ja. Das können wir natürlich auch tun. Das ist zwar nicht meine präferierte Wahl jetzt, aber... Okay. Okay. Der Kultist ist weg. Mada hat freies Schussfeld. Torbohen. Kann man auch mal draufhauen. Oh. Und sogar sehr gut. Respekt. Der Krieger trifft. Ein Wunder ist geschehen. Ja. Feuer frei. Ja. Haut ab. Gut. Soll mir auch recht sein. Statue des schwarzen... namenlosen. Zerschlagen. Ja. Mann. Das ist ein Gerümpel... äh... Gerümpelkammer, die jetzt da ist, du. Ihr habt es eurem ausgeprägten Gefahreninstinkt zu verdanken, dass ihr eine Fallgrube vor euch entdeckt. Hey. Sehr gut. Gerade, wo ich davon spreche. Vorsichtig umgeht ihr sie, ohne dass einer der Gruppe Schaden nimmt. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Äh... Und sonst ist hier nichts. Sieht nicht so aus. Also Türe aufmachen. Und jetzt sind wir tatsächlich an der Stelle, ja, wo die Leiter wieder nach oben führt. Und anscheinend haben sich inzwischen ein paar Kultisten hier breit gemacht. Vielleicht haben sie uns gehört und sind hierhergegangen und haben sich gewundert, warum hier irgendwelche Geräusche waren. Aber... ... haben sich gesagt, wo auch dann... Ignorieren wir es halt und bleiben hier einfach. Wer soll es... Der oberste Priester wird es uns nachsehen, dass wir hier eine kleine Pause einlegen. Von unseren kultistischen Diensten, wie den Statuen... äh... Statuen putzen oder so. Keine Ahnung, was machen Kultisten den ganzen Tag? Rummurmeln, in welchen ollen Bücher lesen. Über Dämonen oder sowas. Klingt auch nicht sonderlich spannend. Dann ist man schon Angehöriger des namenlosen Gottes und dann ist er auch noch so langweilig. Das nenne ich... ...bittere Ironie der Geschichte. Der ist ja halt der namenlose, wa? Du kannst ihn noch niemals ansprechen oder anrufen. Du kannst einfach nur sagen, äh, namenloser... ...ja... ...das ist auch ein bisschen peinlich dann. Ja, ich bin namenlos. Das ist ja wie in der Odysseus-Saga. Niemand. Ich bin niemand. Niemand hat mich geblendet. Alle so, Niemand. Warum regst du dich dann auf? Weil mir mein Auge rausgebrannt wurde. Ah. Ich meine, er wird sich wohl kaum selber das Auge rausgebrannt haben. Hier, Polyphem. Polyphen? Polypheus? Irgendwie so hieß der Zyklop. Zyklopen gibt es auch hier in diesem Spiel. In der Aventurien. Sehr gute Schmiede sind sie da. Äh, angeblich. Und wie wir, glaube ich, auch seit Drakensang wissen. Drakensang kommen Zyklopen auch. Weiß ich nicht. Kämpf mal gegen die? Ne, ich glaube nicht. Aber das wäre cool. Gehen Zyklopen kämpfen. So, Schwerter und Läderzeug. Also, Müll. Das muss man mal ganz klar so sagen. So, was haben wir sonst noch hier? Hm. Was ist denn das hier? Geht's nicht weiter? Das sieht irgendwie interessant aus. Aha. Warte mal. Ah, wir haben ja noch diese Hebelgeschichte da, nicht wahr? Ne, wir wollen sie nicht benutzen. Das heißt... Okay, gut. Kann an ihm schaden. Das beruhigt mich. Irgendjemand muss den Hebel runterdrücken. Und da... Warte mal. Äh... In Ruhe lassen erstmal. Wer hat denn die meiste Erfahrung? Das heißt ja, wenn wir einen hier lassen müssen und es gibt Kämpfe oder Erfahrungspunkte irgendwo später dann, dann, ähm... Na, kann er sie ja nicht kriegen dann, ne? Das ist natürlich doof. Oder aber... Oder aber... Hahaha, ja. Ich habe eine viel bessere Idee. Aber ich werde speichern, weil ich nicht weiß, ob das Spiel vielleicht dann Bug kriegt oder sowas, wenn ich das nicht so mache, wie das hier vorgesehen war. Denn, ähm... Es ist ja vorgesehen, dass man diesen Hebel wahrscheinlich dann runterdrückt und öffnet sich da... Äh... Irgendwas hier. Ähm... Aber... Man sieht das ja. Da ist irgendwas. Da ist auf jeden Fall eine Tür oder sowas. Wir können jetzt uns leider nicht dahin teleportieren, was wir noch nicht erkundet haben. Aber, dank dem Penetritzelspruch, den ich auch in der Herberge schon angewandt habe, ein Hellsichtzauber, können wir ein bisschen weiter sehen tatsächlich. Und das Feld daneben aufdecken. Und da können wir uns hin teleportieren. Gurig, du bist ein Genie. Teleportiere uns. Bitte. Zauber leider misslungen. Aber wieso denn? Okay, jetzt vielleicht. Auch misslungen. Okay, er braucht einen Zaubertank. Na, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das muss ja klappen. Äh. So, das hat doch eigentlich geklappt jetzt. Aha, und jetzt sind wir auch drin. Sehr gut. Hahaha. Ja, diese Tür können wir jetzt öffnen. Und da ist jetzt diese Blockade. Aber es geht hier nicht weiter. Und ja. Ne, okay. Gut. Dann haben wir es halt mit transversales Teleport gemacht. Warum nicht? Finde ich viel eleganter. Ganz ehrlich. Und dann muss auch keiner zurückbleiben. Da bei dem ollen Schalter. Ja. Yeah. Ich bin immer ein bisschen stolz. Auf diese Erkenntnis. Statue des Namenlosen zerschlagen. Jawohl. Und ja. Mal sehen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ein etwas größerer Raum. Statue des Namenlosen zerschlagen. Und ein Angriff von mehreren Seiten und Leuten. Und irgendjemand sollte dafür sorgen, dass Gudwig nicht stirbt. Okay, der Zauber ist daneben gegangen. Das ist schon mal gut. Als erstes sollte man sich auf jeden Fall um die Zauberer kümmern. Der Langbogen von Marder ist zerbrochen. Nein. Nein. Uh. Mist. M-m-m-m-mist. Okay. Du wartest da, Gudwig. Und dann kann... Äh. Fibber sich entsprechend platzieren. Um den Priester abzuschießen. Sein Zauber ist zum Glück daneben gegangen. Aber okay. Ah. Oh. Marder hat leider keine Waffen im Gepäck. Das ist natürlich dann besonders doof. Ja gut, dann muss er mal seinen Fäusten draufhauen oder so. Geht ja nicht anders. Gegenstand wechseln. Er kann ja mit Dietrichen angreifen. Mit so einer Decke. Kann ich jetzt gar nicht hier sagen, dass ich hier Waffen loskämpfen will oder so. Er ist zu nah, ist klar. Aber er soll ja auch nicht seinen Langbogen verwenden, sondern... Äh. Gegenstand wegwerfen. Er kann auch seinen Langbogen nicht aus der Hand werfen. Ähm. Oder wie. Oder wie oder was. Oder wo. Werte prüfen. Langbogen. Trefferpunkte. Schadenspunkte ist 5 bis 10. Hey, das ist ja merkwürdig. Ich kann da jetzt gar nichts machen, aber wie. Was für ein mieser Zauber. Habe ich es gerade nicht richtig gesehen und der Zauber hat... ...oder hat den Kultisten gerade aufgepowert. Das ist ja natürlich mies. Äh. Ich gucke erst mal den Blitz dran. Witz auf den Priester. Ja, danke. Der hat ja wirklich so einen Eisenrost-Zauber, glaube ich. Was witzig ist, weil der Bogen eigentlich nur aus Holz besteht. Was gerade das natürlich dann hier zum Zerfall der Waffe führt. Aber spielmechanisch ist das wahrscheinlich einfach nur ein Gegenstand wie jeder andere auch dann. So. So. So gut scheint er doch noch nicht zu sein. Aua. Hat er nochmal so ein... Okay, jetzt kannst du nichts mehr zerbrechen. Das ist schon alles passiert. Nun ist auch egal. Nun ist auch wurscht. Ich hoffe, dem Priester sind seine Astralpunkte ausgegangen. So. Und der ist schon mal weg. Sehr gut. So. Jetzt muss ich bloß noch den Priester da wegschießen. Da haben wir ja noch Magiepunkte. Gefallen tut mir das nicht. Gut. Oh, Gulrik. Direkt in die Schusslinie gelaufen. Du musst direkt, mein Freund. Das darfst du nicht bleiben. Raus da. So. Tja. Marder kann überhaupt nichts machen und wird trotzdem mit Zaubern traktiert. Die ihm aber anscheinend auch nichts ausmachen. Hoffe ich. Ich hoffe, seine ganze Rüstung und sowas alles ist noch intakt. Wobei er hat ja nichts Besonderes dabei, sich eigentlich so gesehen an Rüstungszeuge und so. So, ist der Priester gleich weg. Das wäre schön. Ah, läuft weg. Okay. Oh. Helle. Äh. Ja, schade. Ich dachte, sie kriegt es jetzt hin, aber nur. Das wäre schön gewesen. Schöner Blattschuss. Ah, sie hat auch einen Versuch. Okay. Daumen drücken. Ja. Sehr gut. Hey. 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 Ja, ihr Priester. Dürft nicht entkommen. Nicht von dieser Insel, nicht aus diesem Tempel. Das wird euer Grab. Was habt ihr doch von mir eine schwarze Kristalle anbetet? Keine Gnorde. So, der ist auch tot. Der ist geflüchtet. Ist aber so ein Dödel da. Ich glaube, das ist auch hier der Hauptkampf hier. Die Anführer der namenlosen Sekte. Zumindest wäre das schön. Dann hätten wir sie erledigt. Wir können nach Windbeck, äh, zu Iliane Windbeck zurückkehren. Und ihr verkünden, ist erledigt. Jetzt gibt uns das Kernstück. Das hat zwar ein bisschen länger gedauert. Wir sind ein paar Umwege gelaufen, aber... Hey. Besser spät als nie. Zwölf Abenteuerpunkte. Okay. Statue des Namlosen zerschlagen. Statue des Namlosen zerschlagen. Statue. 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 Okay, das scheint ja wirklich so eine Halle zu sein, oder was? Oh. Ja. Ihr steht vor einem finsteren Altar, der über und über mit kryptischen Zeichen einer fremden Sprache geschmückt ist. Auf dem Altar befindet sich die Skulptur eines liegenden Mannes ohne Gesicht. Wollt ihr den Altar des Namlosen vernichten? Hm. Sicher. Es dauert eine Weile, bis ihr mit euren improvisierten Werkzeugen... Wieso? Wir haben doch noch mal dabei. Äh. ...das Standbild so weit beschädigt habt, dass sich keine Schriftzeichen mehr erkennen lassen. Haha. Dabei fällt euch eine spannengroße, schwarze Statuette aus einem Hohlraum entgegen. Hm. Wieder das Motiv des gesichtslosen Mannes. Wollt ihr die Statue als Zeichen eures Sieges behalten? Dann vernichten sie. Dann sagen wir ja. Dann können wir sie Eliane Windenbeck zeigen. Und danach können wir sie immer noch vernichten. Gut. Tja. Dann haben wir soweit alles. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich meine, dass hier noch irgendwas wäre. Es gibt dann nämlich so... Ach ja. Okay. Marder hat schon sofort entdeckt. Es ist ein weiterer kleiner Raum. In dem sich ein Kultist befindet. Und ein weiterer Priester. Es ist der Sekundärpriester. Oder der letzte... ...der seinen Kampf mit angehört hat. Und sich dann gesagt hat, ...nö, ich bleibe lieber hier hinten in meiner Sicht... ...in der Sicherheit meiner Kammer. In einer versteckten Kammer. Niemand wird mich hier finden. Hahaha. Allerdings hat er die Rechnung ohne mein Erinnerungsvermögen gemacht. Ich wusste, hier war noch was. Bobo kann sich ruhig zaubern, bewerfen lassen. Aber und dringend einen langen Bogen brauchen wir jetzt wieder für... ...für Marder. Der ist stimmt. ...besser so. Der ist ein Hohepriester sogar. Okay. Hey. Er ist direkt zum Hade gelaufen. Wahrscheinlich was gegen ihn zu haben. Das ist ja gemein. Pustet ihn weg. Ach ne, das war gar nicht Marder. Das ist ein Kultist. Er muss ihn irgendwie... ...gebufft haben. Irgendwie... ...Stärke oder sowas. Aber es wird ihm auch nicht helfen. Und der Hohepriester ist schon tot. Mal sehen, ob der Kultist jetzt super stark ist oder sowas. Was ich bezweifle. Er ist wahrscheinlich einfach nur... ...tot. Okay. Oh, ein roter Schlüssel. Hm. Nehmen wir mal mit. Goldschmuck. Kristallkugel. Ist immerhin etwas. Also geldtechnisch. Kriegt man dafür. Kugel ist doll. Kriegt man auch ein bisschen Geld für. Und den Rest lassen wir da. Und 42 Abenteuerpunkte. Aber das ist ja nicht das Wichtige. Das Wichtige ist hier... ...die Truhe. Mit Lobpreisung, einer Mitgliederliste... ...und, äh... ...ja, die Ruhe brauchen wir nicht. 15 Dukaten haben wir außerdem hier gefunden. Das ist ja nicht ganz verkehrt. Und hier ist noch eine Tür. Oder wir lesen erstmal hier diese Texte hier. Das ist diese schwarze Statuette. Und, äh... ...lobpreisung. Die 13 Lobpreisungen des Namenlosen. Ein finsteres Buch. Haha. Sehr gut. Äh... Und die Mitgliederliste. Eine Mitgliederliste des Kultes. Oh. Wir gehören alles dazu. Das wäre jetzt interessant. So. Und noch eine Truhe. Goldschmuck. Goldschmuck. Silberschmuck. Silberschmuck. Und ein Stirnreif. Und 250 Dukaten. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ganz viel Krimskrams haben wir jetzt aufgesammelt. Unter anderem ein Stirnreif. Und, äh... Das kann ich wohl sagen. Dieser Stirnreif ist nicht nur irgendein Stirnreif. Er ist tatsächlich... ...magisch. Und Gulrik wird uns wahrscheinlich gleich sagen können, welche Art die Magie ist. Wenn er... ...seinen Analyszauber dann hinbekommt. Äh... Ne, okay. Das war der Falsche. Nein. Äh... Gulrik hat nicht genug Astralenergie. Dann nimm noch einen Schluck aus dem Zaubertrank. Du bist halt Miraculix. Du bist unser Miraculix. So. Und analysiere bitte mal diesen Stirnreif. Gulrik versinkt in Meditation. Oha. Auf diesem Stirnreif liegt ein permanenter Arcano Psycho Stabilis. Psycho Stabilis. Genau. Das bedeutet... Wir haben Magieresitanz von 2 jetzt. Und mit dem Stirnreif... ...haben wir einen von 4. Und jetzt hat Gulrik auch eine Kopfbedeckung. Ja. Ein Stirnreif zwar nur, aber... ...das hilft ihm bei Regen zwar nicht, aber hey. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. Ein Stirnreif. Passend. Es gibt noch eine andere Kopfbedeckung, die er tragen kann, aber die werden wir später finden. So, ich würde sagen, dann haben wir hier alles durch. Jetzt müssen wir bloß noch dafür sorgen, dass wir uns auch wieder raus teleportieren können. Gulrik, es ist Ihre Aufgabe. Wir wollen hier nicht festwachsen. Vielleicht schafft er uns sogar, bis ganz zum Ausgang zurück zu teleportieren. Und er hat es geschafft. Jawohl. Dann ersparen wir uns den ganzen Weg durch die Fallen und sowas alles. Sehr gut. Und, äh... Gab es hier noch Fallen? Ich glaube nicht. Hier können wir so durchrennen. Okay, ich denke, das war es. Das war der Tempel des Namenlosen. Des bösen Gottes. Verlassen wir diese Bude. Ihr verlasst diesen ungemütlichen Ort und setzt erschöpft aber zufrieden euren Weg nach Ljastal fort. Ah, und wir sind ziemlich hungrig. Bronzeflasche wegwerfen. Glasflaschen können wir wegwerfen. Und wir brauchen aber dringend mal wieder ein paar Würselblätter. Aber erstmal wird gegessen. Hier in Haus Jolland. Ein erlesenes Menü mit gutem Wein und Bier. Und wir gönnen uns ein Einzelzimmer für eine Nacht, also für den Rest der Nacht. Alle regenerieren sich. Etwas. Und es ist sogar Markt. Seht, dann gehen wir zum Kräuterstand. Oder, was können wir verkaufen? Silber- und Goldschmuck. Davon haben wir einiges gefunden, ja. Statuette. Nimmt Helle mal in die Hand. Silberschmuck. Kann man halt auch nehmen. Zaubertrank. Gebe ich auch in Helle weiter. Und den goldenen Schild. Und, ah ja. Langen Bogen darf ich nicht vergessen. Und Pfeile brauchen wir sicher wieder. So wie es ausschaut. Ruhig kann seine Reserve erstmal behalten. Die anderen kriegen so dann die über 80 oder sowas. Also 4 mal 80. Das sollte ja erstmal reichen. Kuck Kristol. Den wollen wir auch verkaufen. Lobpreisungen brauchen wir eigentlich nicht. Und die Mitgliederliste glaube ich auch nicht. Kristallkugel wollten wir sowieso verkaufen. Ähm, ja. Okay, machen wir es erstmal so rum. Okay, verkaufen wir. Ah, Krämerstand. Und ich verkaufe den Goldschmuck für 9 Dukaten. Hm. Ich meine, dass ich woanders da mal zumindest 10 für gekriegt hätte. Gehen wir mal zu den beiden, zu den 3 Läden, die es hier gibt. Zu Alvinetär Haas. Und kriegen dafür 12 Dukaten. Also schon ein markanter Unterschied. Und natürlich der ganze Silberschmuck hier. Und die Kristallkugel. Äh. Okay. Stellt sich ein bisschen an. Oder eher. Alvine. Weiß ich jetzt nicht. Männlich, weiblich. In diesem Spiel ist das alles ein bisschen nicht sofort ersichtlich. Bei den komischen Namen, die sie teilweise haben. 73 Dukaten kriegen wir dafür. Sehr gut. So, und den Rest auch noch verkaufen. Aber der rote Schlüssel. Ich glaube, der hat wirklich keine Bedeutung. Weil im namenlosen Tempel haben wir auch so alles aufgekriegt. Äh. Lobpreisungen und Mitgliederliste. Müsste ich nochmal nachforschen, ob wir die brauchen. Der Silberschmuck kann auf jeden Fall weg. Dann hat er sonst noch jedoch die Rezepte. Genau. Starke Haltrank. Das hast du. Schwert. Braucht er das Schwert eigentlich noch? Der kann den Silberstreitkolben nehmen. Das ist auch eine gute Waffe. Aber eigentlich ist er Schwertkämpfer. Das stimmt schon. Na gut, wenn er ein Schwert nehmen will, dann kann er ja das magische Kurzschwert nehmen aus Tospota. Aber dieses Schwert ist eigentlich ein ganz normales Schwert, das dementsprechend auch verkauft werden kann. Würde ich jetzt sagen. Kann er wieder ein bisschen mehr mit sich rumschleppen. Zum Beispiel hier das Bastardschwert. Ja. Sehr gut. Ist gut, dass er das trägt. Kann er es nämlich eventuell wechseln. So. Zurück zum Waffenhändler, der uns für fünf Heller Pfeile verkaufen kann. Ja, da kaufen wir welche. Also. Kommt sogar etwas sparen. Und nochmal 80. Kommt wieder was sparen. Kommt wieder was sparen. Meine Güte, wir sind echt im Pfeilschwaren hier. Pfeilschwaren. Tja. Okay. Okay. Am vierten Mal ist das nicht mehr geklappt. Aber mit 30%. Hey. Das geht alles. Gut. Du kriegst 80. Du kriegst 70. Und du kriegst auch nochmal 29. Ich denke dann haben alle wieder für eine ganze Weile Ruhe. Oder ich habe Ruhe vor dem Problem. So. Zaubertränke habe ich einige verbraten. Schwert. Vier Dukaten. Kriege ich da woanders einen besseren Preis. Auf dem Markt vielleicht. Wir müssen hier vergleichen. Sollten. Ne. Auch vier Dukaten. Also von daher. Ist es egal. Na gut. Werden eh nur sehr wenig Geld dafür gekriegt. Schmucknummern verkaufen. Tja. Flop. 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 Sehr gut. 36 Dukaten. Jawohl. Jetzt haben wir 3402 Dukaten. Wir sind gut. Äh. Betucht. Kann man sagen. Jetzt will ich auch nochmal hier bei dieser Dame hier nachgucken. Also sie hat Wirselkräuter für 5 Dukaten nur. Das ist günstig. Aber auch nur normale Zaubertränke. Ich will ja wenn dann schon starke Zaubertränke haben. Aber vielleicht gibt es das auf dem Markt. Ne. Und hier kosten die Wirselkräuter auch 7 Dukaten. Also wesentlich teurer. Und die einblättrigen, 4blättrigen Einbeeren kosten auch 7 Silbertraner. Und hier kosten sie 5. Also definitiv lohnt es sich hier bei der Frau oder bei dem Herren Eilief Minkoya auf Leastal einzukaufen. Ein bisschen. Okay. Ja. Ich kann auch einen Zaubertrank kaufen. Und dann nehmen wir erst mit 20. Oh 107 Dukaten. Also da muss ich unbedingt was rausschlagen. Am besten 50%. Aber diese Wirselkräuter, die sind echt nützlich. Vielleicht sogar 30. Mit dem 30. Jawohl. Okay. Wir können keine weiteren Gegenstände aufnehmen. Okay. Und bezahlen nur die Hälfte. 75 Dukaten. Sehr gut. Und Gurig ist jetzt wieder unser Wirselkrautmann. Und wir wollen aber auch Zaubertränke. Vielleicht 2 Stück. Zahlen nur 9 Dukaten dafür. Ich kriege noch Glasflaschen mit dazu. Langbogen, genau. Jetzt habe ich Munition gekauft, aber keinen Bogen dazu. Keinen passenden. Gibt es den denn hier zu kaufen? In diesem Laden. Ja, tatsächlich. Gut. Kostet auch noch 2 Dukaten und ein paar zerquetschte. Und der kann weg. Dies ist ein vernünftiger Langbogen. Gut. Sonst sind alle fit. Keiner hat irgendwie andere Probleme noch. Nö. Also alles in allem würde ich sagen, das war eine gute Ausbeute aus dem Tempel. Und jetzt heißt es zurück nach Iliane Windenbeck, nach Warnheim und dort dann das Kartenstück abgeholt. Denn das hat sie uns ja versprochen. Aber es geht nur als nächstes nach Otterje. Okay. Oh. Das könnte man auch machen. Der Kutter Omtialf bietet euch für heute eine Deckpassage nach Otterje an. Eine Reise, die bei gleichbalmem Wetter etwa 5 Stunden dauert und 12 Heller kostet. Jo. Wir schiffen uns ein. Auf jeden Fall wieder an Land kommen. Ups. Was habe ich nicht... Ihr begebt euch an Bord. Okay. Haben wir Glück gehabt. Äh... Philbats Astraline gesteigt um 4. Ulrik Regeneriert auch. Okay. Und... Zum Glück wurden wir von keinem Piraten oder Kraken angegriffen. Das kann nämlich auch immer passieren. Passiert hier sehr gerne. Speichern hier im Travia-Tempel. Auch wenn ich Travia nicht mag, seitdem wir so viel Geld in sie reingestopft haben und sie uns nur satt gemacht hat. Dabei war... Mein eigentliches Ziel Helle... Wieder... Äh... Ja... Zu beleben. Ja... Wir rasten hier an dieser Stelle, weil es sowieso dunkel ist. Und Guri kann Wesenkräuter suchen. Aber entdeckt leider nichts. Weisen wir weiter. Ihr winkt den Leuten an Bord zu. Achso, das ist wieder der Kutter. Ja, der ist auch immer wieder da. Das ist auch so eine Begegnung, die jedes Mal stattfindet zwischen Otter hier und das Poter anscheinend. Und wir beachten den Kutter nicht. Und, äh, ja. Zieht einfach an uns vorüber. Hier ist unsere supergeile verlassene Herberge wieder. Die werden wir jetzt außen vor lassen. Aber dafür kommt euch ein einsamer Wanderer entgegen. Der Kleidung nach offensichtlich ein Bauer. Wollt ihr den Bauer nach dem Weg fragen? Fragen? Oder Gefahren? Nach Gefahren erkundigen. Das machen wir mal. Hm, ja. Also dieses Piratnest, wo man sich besser nicht blicken lässt. Da, wo sie einem den Bauch aufschlitzen und dann mit den Därmen an die höchste Ra hängen. Achso. Das ist die Gefahr. Den Namen darf ich euch nicht sagen, weil der ist geheim. Das Poter. Ja, jeder weiß es. Sollte wohl ein Scherz sein. Das Poter ist legendär. Wenn man auch sonst nichts über den Ort sagen kann, aber... Also nichts Positives. Legendär ist er. Einmal quer durch das Poter. Den alten Mann nochmal grüßen. Und dann nach Warnheim. Guri kann vielleicht noch ein paar Blätter finden. Ne, eitrige Kröten. Schämo. Und da ist unser Jägerfreund wieder. Natürlich. Und wir sind zurück in Warnheim. Und wo war jetzt nochmal die Windenbeck? Uh, war ich hier nicht irgendwo? Direkt beim Ausgang? Ja, tatsächlich. Hey, da ist er schon. Ihr klopft. Achso, ihr klopft. Nach einiger Zeit öffnet euch Eliane Windenbeck die Tür. Ah, ihr seid es, grüßt sie euch freudestrahlend. Ich habe schon von euren guten Taten Botschaft erhalten. Sie errötet leicht und setzt etwas leiser hinzu. Entschuldigt, dass ich euch nicht hereinbitte, aber ich habe sehr wichtigen Besuch. Wartet einen Moment hier draußen. Ich komme gleich wieder. Hier, als Ausdruck meines Dankes. Sie überreicht euch einen vergilbten Fetzen Pergament. Yay. Wenn ihr wieder einmal nach Warnheim kommen solltet, dann schaut doch herein. Ihr seid in meinem Haus immer gern gesehen. Mit hochrotem Kopf, äh, Gesicht, sitzt sie, setzt sie flüsternd hinzu. Nur nicht gerade jetzt. Also dann auf Wiedersehen. Sie lächelt euch freundlich, äh, und etwas verlegen zu und schließt die Tür. Und das dritte Teil der Karte. Und zeigt uns einen Weg irgendwie zu Fexenstadt oder, ja, irgendwie scheint es da in der Nähe zu sein. Also in Fex-Kar, weil das ist ja die Fexenstadt. Wie der Name schon leicht andeutet. So, wir haben guten Hunger und müssen jetzt zusehen, dass wir hier was zu essen kriegen. Ich will meine Ruhe. Genau, das wollen wir auch. Aber nicht im Schwert und Schiff, sondern irgendwie hier in einer anderen Spelunke. In Rolfs bescheidener Hütte. Die kennen wir doch. Und es gibt gute alte Hausmannskost. Übernachten. Und speichern im Tempel. Ja, sehr gut. Wieder im Travea-Tempel. Aber gut, das ist halt, glaube ich, der einzige Tempel hier. Und, ja, dann haben wir es geschafft, den Tempel des Namenlosen auf Jorland auszulöschen. Die ganze Gefolgschaft dort in den Orkus zu befördern. Ja, der Orkus. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Es gibt da mehrere Sachen. Also, wir haben ja Hinweise bekommen, unter anderem, dass in Ottaill noch einer sitzen soll. Und in Orville. Also, wäre mein Vorschlag jetzt als nächstes dann... Okay, Breida könnte man auch hin, aber das ist ein bisschen weiter weg. Ich kann das auf der Karte eben kurz zeigen. So, wir sind jetzt hier in Warnheim. Und Breida wäre hier unten rechts, also in der Nähe von Torval, tatsächlich. Und, ähm, hier waren wir jetzt auf Jorland. In Ottaill soll noch ein Kartenstück sein. Und in Orville. Ähm, ist die Frage. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre ganz gut, wenn wir nach Ottaill gehen. Und uns da mal erkundigen, ob wir da nicht ein Kartenstück kriegen können. Tja, und, ähm, es gibt da auch noch, äh, zwei Dungeons, die in der Nähe liegen. Und einen möchte ich auf jeden Fall besuchen. Weil dort ist etwas, äh, sehr Praktisches, äh, meines Erachtens drin. Ja, und das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Dieses Spiel muss man nehmen, was man kriegen kann. So, aber im Großen und Ganzen haben wir es einmal wieder geschafft. Und ich, ja, beende das Video dann hiermit. Ich bin GBF-Arkader-Almeister und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und, äh, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.